Die Ukraine wird bald ihre lang ersehnten westlich produzierten Kampfflugzeuge erhalten, während das US-Verteidigungsministerium unter Druck steht, sein Ausbildungsprogramm für ukrainische F-16-Piloten zu erweitern. Am Montag erklärte die scheidende niederländische Verteidigungsministerin Kaiser Ollongren, dass die Lieferung des ersten Flugzeugs bald erfolgen wird. Es ist unklar, wie viele Flugzeuge Teil der ersten Lieferung sein werden und wann genau sie eintreffen werden. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe sagte gegenüber Newsweek, dass diese Informationen als geheim eingestuft seien und keine weiteren Details bekannt gegeben würden. Die Niederlande haben insgesamt 24 F-16 Flugzeuge als Teil einer internationalen Koalition mit Dänemark, Norwegen und Belgien versprochen, um Kiew mit fortschrittlichen Kampfflugzeugen auszustatten. Die Ukraine wird mehr als 80 solcher Flugzeuge erhalten, eine Zahl, die dennoch niedriger ist als die von Kiew geforderte Menge. Westliche Unterstützer der Ukraine zögerten lange, die von Lockheed Martin hergestellten Flugzeuge zu versprechen, da dies ein viel größeres Engagement darstellt als Geräte wie Panzer- oder Artilleriesysteme, die während des gesamten Krieges Teil der Militärhilfspakete waren. Die Flugzeuge werden eine bedeutende Verstärkung für die ukrainische Luftwaffe sein, die durch mehr als zwei Jahre Krieg schwer getroffen wurde und sich einer überlegenen und größeren russischen Flotte gegenüber sieht. Dennoch bleibt die Unsicherheit darüber, wann Kiew die versprochenen F-16 erhalten wird, bestehen. Bevor die Flugzeuge einsatzbereit sind, müssen die ukrainischen Piloten ihre Ausbildung abschließen und die notwendige Infrastruktur muss aufgebaut werden. Eine Gruppe von zehn ukrainischen Piloten hat die Grundausbildung bei der britischen Luftwaffe im März 2024 abgeschlossen, während das fortgeschrittene Training mit der französischen Luftwaffe fortgesetzt wird. Eine kleine Anzahl ukrainischer Piloten wird auch in Tucson, Arizona, von der US-Armee sowie auf einem dänischen Luftwaffenstützpunkt ausgebildet. Ein neues Trainingszentrum wird derzeit im Südosten Rumäniens vorbereitet. Bis Ende dieses Jahres wird die Ukraine 20 vollständig ausgebildete Piloten haben. Angesichts der Entwicklungen wird die Ukraine bis Ende des Jahres wahrscheinlich mehr F-16 Flugzeuge haben, als qualifizierte Piloten, um sie zu fliegen.